Hallo und Willkommen zu unserem Lookup-Einführungsvideo. Dieses Video vermittelt Ihnen einen kurzen Überblick über die Funktionen unseres Produkts. Lookup ist eine webbasierte Software, die benutzerfreundlich ist und sich ideal für die Zusammenarbeit eignet. Es handelt sich um ein professionelles Terminologie-Verwaltungssystem, mit dem Sie Termini zentral verwalten können. Sie können auf Ihrem Rechner einen beliebigen Browser öffnen und mit Hilfe des folgenden Links auf Lookup zugreifen. Melden Sie sich mit Benutzernamen und Passwort an und greifen Sie auf das Wörterbuch Ihres Unternehmens zu. Auf der ersten Seite sehen Sie eine Liste mit Einträgen. Wenn Sie im linken Fensterbereich auf einen Eintrag klicken, werden in der Fenstermitte die zugehörigen Details angezeigt. Definitionen, Bilder, Synonyme und so weiter werden abhängig von Ihren Einstellungen angezeigt, die Sie im Wörterbuch vorgenommen haben. Sie können auch einen beliebigen Eintrag suchen, den Sie zuvor hinzugefügt haben, indem Sie ihn in dieses Feld eingeben. Die Ergebnisse werden hier angezeigt. Wenn Sie auf die Filteroption klicken, können Sie bestimmte Einträge abhängig von Ihren Attributen suchen, beispielsweise Einträge mit Definition, Abkürzungen und so weiter. Mit der Bearbeitungsfunktion können Sie Ihre Terminologie jederzeit bearbeiten, um etwa ein Kontextbeispiel hinzuzufügen. Wenn Sie auf das Bearbeitungssymbol klicken, wird eine Maske angezeigt, in die Sie Ihre Änderungen eingeben können. Nicht zuletzt können Sie mit dieser einzigartigen Funktion, durch die sich Lookup gegenüber anderen Terminologieverwaltungssystemen auszeichnet, die Beziehungen zwischen Benennungen oder Begriffen anzeigen. Sie sehen, dass Begriffe miteinander verknüpft sind und definieren hier eigene Beziehungen wie Ist ein Teil von oder beeinflusst. Auf diese Weise können Sie ein Wissenssystem aufbauen. Lookup ist ein flexibles Terminologie- und Wissensmanagementsystem, mit dem Sie Ihre Terminologie nach eigenen Wünschen gestalten können und das ein topmodernes einzigartiges Wissensmodul bereitstellt. Wenn Sie mehr über die Details oder Funktionen von Lookup erfahren möchten, besuchen Sie unsere Webseite oder sehen Sie sich das nächste Video an.